80 90 Ich hab immer noch die Musik von dem Client, das halt nervt. Oh, ich bin drin, ich bin drin. Du bist in dem Game? Ich bin drin. Das ist unspielbar, glaub mir. Also ich hab jetzt ne Aufnahme gestartet, nur mal so. Ich kann, ich bin nicht in dem Game, ich komm nicht rein. Ich hab null Sekunden respawn Zeit und komm nicht auf die Lange. Der Einlogserver reagiert nicht, eventuell hast du ein Verbindungsproblem. Oder Riot hat ein Verbindungsproblem. Und warum? Warum haben die Gegner das nicht? Jetzt sind wir beim Server. Wahrscheinlich. Kalista ist bei mir gerade von da, nach da gesprungen. Ich kann nicht verbringen. Ist er selbst da? Barbie, du hast keine Art. Ich hab ein... Hä? Ich hab Items gekauft, ich hab auch meine eh geskillt und ich hab nix geskillt. Ich geh jetzt auf die Lange. Leute, bei mir kam jetzt an ein Werf, yay. Leute, ich kann die Warteschlage überspringen, weil ich ein Game geliftet hab. Ich kann nichts schreiben. Ja, ich auch. Es passiert nicht. Doch, doch, das kommt jetzt. Jetzt ist es los. Oh Gott. Dauerteid. Level 3, ich bin Level 1. Everyone except our bot is fine. Hä? Ah, ich hab Angst. Ich hab das Gefühl, ich sterbe gleich. Oder ich bin schon gestorben. Weißt du, du? Ja, ich hab wieder Error. Komm ich rein. Hä? Ich spiel jetzt so. Ich weiß. Attempting to reconnect. Noooi. Jetzt hab ich Items gekauft. Also bei mir ging es schneller mit den Items. Ich wette, ich bin schon längst tot und ich klicke ihn auf so locker fröhlich. Wie heißt die Server-Adresse? Nochmal, Barbie? Was? Wie heißt die Server-Adresse? Nochmal, B-A-C, dann... Boah. Schreib mir mal beim TS. Hä? Guck doch im TS. Ganz ganz oben. Kannst du auch Red-Squad... Äh, keine Ahnung was nehmen. Hab ich irgendwas gemacht? Ich seh immer nur alles sich bewegen, aber kämpfen kann ich nicht. Ich hab wieder Verbindungsaufwäuse. Achso. Ich weiß nicht. Irgendwas passiert einfach gar nicht. Ich darf nicht anziehen. Die Server sind abgeschmiert. Uh, bei mir war grad was unterm Tower und du hast uns angegriffen. Oh, wie geil! Das ist so komisch! Ihr wart am Anfang nicht da. Ich hab... Ich stand auf meine Lame. Plötzlich stand ich in der Base und dann war ich in der Gegend rein nur tot. Das waren Sprünge. Du musst hier heißen und ich lache. Hast du das in TS geschrieben? Äh, in TS. Denkst ist wieder da, angeblich. Angeblich ist Yoshi da. Verbindungsaufbau. Ich seh nur, wie sich alles auf mich zubewegt. Und ich habe Angst. Und bei mir ist... Bei mir ist Kopf immer auf der Lane und dann wieder nicht. Fuck off! 60er Pink. Über. Also ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich auch bewegen, aber ich kann nicht kämpfen. Also eigentlich hab ich Sachen gekauft, ne? Ja, das kann ich auch. Der ist hier irgendwo ein Set mit Olaf. Hallo? Das ist so nervig! Mach was! Wer ist da gedroht? Wir sind in-game und können nichts machen. Okay, ist gut. Oh, Kalista fliegt! Kalista fliegt! Wo ist hier Kalista? Bitteschön! Bei mir ist niemand da. Ich bist du auf der Lane? Ich habe kein Geld und keine Items. Denkst du, komm, wir schaffen die Gegner. Ja, ich habe eine Q! Warte mal, ist ein Set die auf der Lane? Ich seh' ein Set. Nein, also den Set seh' ich nicht. Ich seh' nur bei uns die Gegner, wenn ich ehrlich bin. Ich darf keine Q schießen, ich weiß nicht warum. Hä, ich darf gar keine Out-Tags machen. Ich bin Q schießen! Ich bin jetzt gleich in der Gegner-Base. Mal sehen, wann hier seh' ich. Naaaah! Also, ich leh' dich hinlaufen! Oh Gott, oh Gott, ich hab'n Level-Up! WTF, bei uns ist es flüssig! Ey, ich hab'n Level-Up! Was heißt, ich leb' noch? Was, warum bist du Level-Up? Okay, nein, es ist doch nicht flüssig! Ich hab' 56 ms, aber jetzt kommt's im Mob nicht! Jetzt bist du bei mir rauf! Jetzt ist Yoshi wieder da! Alter, ich seh' hier gar nichts! Ich wette, ich wette bei der Q! Bei mir ist das alles normal! Ich hab' geflasht, aber mein Flash ist noch nicht auf cooldown! Kannst du noch mal flash'n? Nein! Mach' nicht mal mehr der Tower was! Hier ist nicht mal ein Jungle Mob! Das ist hier kein Jungle Mob! Also, ich seh' dich in der Base, aber hilft das jetzt was? Sterb' mal, wir sehen, was passiert! Leil, der Tower ist echt nicht! Was sollte rausgehen? Ah! Tanz, ich wollte schon immer mal unter dem Gegner Tower-Tanz! To what? Das ist mein Game! Was? Was? Nein, ich aus dem Tower raus! Jetzt hab' ich schon... Ich spielgecastet! Oh, natürlich! Du bist bei mir! Ich will auch was... Warum ist... Warum ist Kalisse die einzige Länge von 5 und kaum Mana? Ja, das Ding ist... Das ist bei Nauti... Äh, bei... Nunu und Tanzu, dass da alles okay war! Was? Pfff! Die töten uns gerade, ne? Wir sind wahrscheinlich schon tot! Echt? Ja! Nein, nein! Ich stand die ganze Zeit unter meinem Tower und bin nicht gestorben! Ich glaub' ich bin auch gestorben unter dem Tower! Da waren... Also ich war wieder in Base! Ey Leute, das ist ein Z-Level 6 schon, der mich unterm Tower getötet auf Stufe 1! Den ich nie sehe! Oh, ich war dort tot! Ich war in der Gegner Base, dann war ich in unserer Base, dann war ich Botland, dann war ich wieder in unserer Base! Innerhalb von 5 Sekunden! Ja, die Gegner töten uns einfach! Ich hab 0-1-0! Ja! Ja! Bist du! Oh mein Gott! Ich kann was... Ich kann was leveln! Ich hab zwar schon mal meine Queue gelevelt, aber... Ich hab eigentlich schon mal meine... Ich bin level 3 und hab gelevelt! Dann ist das Game vorbei! Ja... Ich hab grad bei mir die Queue gemacht! Ich möchte... Ich hätte... Ich möchte meinen Jump haben! Dann kannst du wenigstens lustige Sachen machen! Ey, ich guck mal auf Twitter, ob Riot was gepostet oder... Okay... Ich seh nur... Ich seh nur keine Liste! Ich... Keine Ahnung... David, du siehst dann schon mehr als ich! Du bist schon wieder in unserer Base! Oh, Attempting to Reconnect! Nein! Nein! Ich hatte doch so viel Spaß! Oh, ja! Kalissa hat mich getötet! Guck, die blöde Hohe hat mich umgebracht! What the fuck! Ich reporte die! Ich reporte die! Das ist nicht okay! Dass alle Lacks haben außer die! Die macht was falsch! Ich bin gerade auf der Botnamen bekommen Schauer von deren... Netflix Tower! Irgendwie steht die Kalissa jetzt zwischen unseren Tower... Boah, die macht was! Boah, ich bin voll mad! Ich hab zwar nur eine Attacke, aber... Pssst! Ich hab Todes-Screen, Guys! Boah, bei mir wird... Flash-Tot! Boah! Tantien executed! Ja, ich hab halt... Nix... EUW ist da und wie geil! Neun! 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 dann einfach getötet die standen da rum und dann sind sie wieder gekommen ich habe sie immer und immer wieder getötet jetzt habe ich so einen schönen ranken ja ich habe jetzt in meiner Matches wie 9 2 3 Mundo Ranked gesehen warum bin ich jetzt gestorben ey also ich bin dann gibt mich noch gar nicht gestorben nein 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 du bist bei mir in der Base executed von einem gegnerischen Tower Ding ach komm schon, bist du nicht gut Juri also bei mir steht oh mein Gott da war meine Bombe auf der Kalista oh mein Gott oh mein Gott OP bei mir ist eigentlich nicht mehr online also ich wird lol Nautilus wurde von Kalista gerade getötet ich bin schon bald hier, das ist schon 5 Minuten lol und der Nuno ist aus dem Jungle ja, seid ihr alle offline ey ich will die beiden reporten ich will die reporten ja ich kann, das kann auch nicht sein, dass nur die beiden spielen du haben Double Kill vor allem der Nuno heißt EU West, der ist bestimmt von EU West dann kann das nicht sein, dass der spielen kann bloß meine Items, die ich mir schon 50 Mal gekauft habe hey natürlich ist der von EU West, du kannst nur mit Leuten von dem gleichen Server spielen ja warum können die dann, warum können die dann spielen Leute, warum bin ich auf einmal in der Mitte bei mir auch so wenn ich mich nicht bewegt habe ich konnte spielen und der Rest nicht das liegt an Rito ich bin einen Schritt rausgecoucht, die am Tower NUH, das muss ich auch krass ey, Jungs, das ist nicht die meinen, nur Teleportationsfähigkeiten aber ich bin nur einmal, ich bin nur einmal gestorben hier wenn der EU W down ist, dann müssen wir wohl oder über Crew spielen gleich ich hab jetzt zwei Tore ich bin auch tot Alter, vor allem das war so lustig zuzuhören ach, jetzt bin ich tot, was bin ich tot, jetzt habe ich jemanden getötet, wie kommt das denn? Kalle ist der Kalle in der Midlane, du bist auf der Botlane gestorben, weil die Kalle in der Midlane ist und ich denke mir so, was habt ihr für Probleme? das sind so voll die Portale ich kann mir das nicht vorstellen, bei mir läuft alles ganz normal ich hab Jake gemacht ich könnte jetzt wieder ins Game gehen und wahrscheinlich würden es bei mir ganz normal laufen 36 Minuten ich hab zweimal das eine Jungle Item ähm, bist du gerade ingame? ja eigentlich nein ich will doch nur springen ich? ne, ich wollte gar nicht neu starten ne, weil, wenn du ingame gewesen wärst, hättest du rechts unten gibt es dann so einen Button, Reconnect da kommst du direkt rein und kannst die Warteschlange überspringen das ist richtig assi ich bin so scheiße ne Leute, bei mir ist einfach Barbie jetzt auf alle sind auch Leute Kallista hat gerade Velcos getötet Kallista hat jetzt 7-0, Kallista ist ne Hure hey, warum, warum ist es bei dir so schnell? hey, kann ich mal 6-0 bei mir hat es so 6-0 er hat 7-0 er hat 7-0 oh ja, ich will ingame bleiben und die beiden reporten 0-4 hier I'm just AFK farming ja aus der Partei ab schön Barbie, wir müssen drin ingame bleiben und danach beide reporten ja, das mach ich auch nein, Nuno will nicht mal, aber Kallista auf jeden Fall ihr könnt, ihr könnt die nicht reporten, ihr kommt nicht in den End-Screen rein ich kann mir die merken und dann reporten irgendwann natürlich ja, ich mach das du, wenn du sie wieder siehst, dann ping nicht das du addest die zu deiner Liste, dann spielst du mit denen und am Ende des Spiels reportest du die da ja, genau so hatte ich das vor ich hab Schaden gemacht glaube ich Nuno, wir machen es bei uns im Jungle ich schwinge nein, das glaubst du nur es sieht nur so aus, dass du erzähl im Jungle kann man's machen ja, der Server wie er holt sich gerade ja, ich geh der kommt jetzt gerade bei mir an, einem Just AFK farming kam jetzt an boah, ich hab Schaden an den Mini gemacht, in Echtzeit boah Kallista tut weiter tryhard, das ist ne richtige Hure, Alter ich würd das aber auch machen boah, das wär so geil wenn das jetzt auf einmal funktioniert und wir noch gewinnen und dann die Kallista von in den Arsch bekommt mach halt keinen Schaden an der, weil ich nur ein Item habe ich bin gerade durch die Bank gelossen nein, nein, es ging so gut ich spring doch Israel ist wieder da Hilfe meine Bombe okay, 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 scheiß ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot und now I'm level 1 ich komm, ich komm draußen hey, ich war eben noch tot ich kann viel ich kann viel du warst ja zöger was was ey, ich kann mir BF-SWAT kaufen ne, ich hab gehört, First Item mit EA ja boah, diese scheiß Schnappe, ne was ist denn los bei dir im Leben ey, was denn ich bin eigentlich noch tot ich respawn ich steck vor Kallista, bin wieder tot ey, vom League geht's auf ja ich kann Space machen und die funktionieren kann ich schon seit 5 Minuten aber Kallista hat, die haben halt jetzt übrigens die Vorteile ja, die ist level 12 die hat ihr Borg-Fan geht's wieder, oder was? ja, irgendwie schon also, ich kann mich jetzt richtig bewegen wir werden Kallista so reporten, ne ja du bist level 2 bei mir Gürtel war ich nicht klar spiel den Arme ja auf sie, auf sie ja, ja auf sie boah, ich hab OP ja, ich will ja, ja 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 okay, wir gewinnen das, hab ich gehört wir gewinnen das jetzt komm ja dafür müssen wir erstmal der rechts von dem Team hat nämlich wahrscheinlich noch Leks, wenn wir Glück haben wir gucken jetzt einfach wir gucken jetzt einfach behindert in der Mitte die könnte ich vielleicht die könnte ich vielleicht gar nicht erst einloggen ja, aber Olaf ist jetzt auch da, ne echt ja, Olaf ist da, wie ist da, Nuno ist da ja wir müssen uns drauflieben ja, ich weiß der scheiß Nuno renn weg Bumble Barbie, mach heute Tags kann der stunnen? nein, kann er nicht JA, ich hab mich nicht gedötet AAAAAAAH ach, komm doch mit Lens, schnell dein ganzes Damage ist draußen ich hab kein Damage ich hab kein Damage ich hab kein Damage ich hab aber auch nicht ich will springen yes, ich habe zwei Kills und springt nochmal drauf ja, weil, weil es noch nicht ganz normal ist, Mönchmeltempo heißt der ist schon tot ey, aber wir haben für die Kaltesdamen alle 450 Gold gekriegt das war richtig gut hallo oooh, komm schon also wer jetzt noch fehlt, kriegt Ärger die kommt einfach angehört ey, das ist Kalista ich weiß die hat zweieinhalb Einfels das war ein Scherz ich hab nicht mal eins kackt Tryharder ja, die wird definitiv reported seid einfach zu chillen wie Nuno ey, wir hätten alle das oh, Zed ist auch noch da toll, den brauch ich nicht ey, wir hätten aber alles dasselbe gemacht, gell na und, es ist Platy-Zed mit Neckerliste ich baue jetzt ich baue jetzt äh jetzt die Scheiße an jetzt so ein Panzer weil fuck you ich habe mein CS wenn ich weit genug weg bin, kann ich ihre Sperre nicht rausziehen, oder? jawoll es ist yes oh, ich hab meinen Jump geskillt, weil ich vorhin wie wild drauf hochgehebte ja, mein Ulti was heißt dein Dossing? DDoS ähm das ist, wenn du ein Netzwerk aufgebaut hast, also du hast schleust die ganze Zeit über Viren, schleust du auf irgendwelche PCs von anderen Leuten Programme an und diese Programme greifen dann gleichzeitig auf allen Server zu und überlasten ihre durch ey, Zed ist auf der Borderline ja oder die neuen PCs auf denen es eigentlich läuft, was davon los ok ich hab gehört wir holen lieber mit Tauber mein lieber ist sofort da ne, ich hole mir jetzt die ganzen Kills nach so lange die Kalister fett ist ich hole mir jetzt die ganzen anderen wir haben gerade Drake gemacht ich hole gar nichts mehr ja nein, die haben nicht Drake gemacht, sondern Kalister Drake gemacht nein, Nuno, da ist ein Nuno Kalister ist ein Nuno da ist ein Nuno die haben schon zwei Drakes Nuno hat den ersten auch geholt ja, das ist Nuno das ist ein Nuno, der spielen kann, während alle nicht spielen können das glaube ich jetzt nicht Zed kommt, und Kalister böse, böse, böse komm schon Tower warum ist der Tower? jetzt ist der Tower kaputt ich hab keinen Flash mehr die leil jay das Q ging bei mir durch die Schlau da ist wieder da ah, wuff ja, egal ooooh, ich muss mich so schnell hochfahren wie... wie so geht ey, ich hab den Shutdown gekriegt ich wurde geshutdawned bei dir, Bami bei 4-1, das könnte normal sein riech diese Kalister regt mich da so auf, ne die regt mich so auf ich hab jetzt mein erstes Item fertig ja, ich hab auch mein erstes ja, dann lass Kalister mal wieder so ne Scheißlampe, ey alle Mitte, alle Mitte, wir tüten besser die steht 15-2, ey, die ist behindert aber es geht wieder ich hab wieder 21er Pink mit deinem Körper ziele denk ich nur an Doktorspiele denn das sind was dir gefehlen aber hätt ich nicht 5 Sekunden später sterben können mit deinem Körper ziele denk ich nur an die so ne Scheißlampe, ey mit deinem Körper ziele denn das sind was dir gefehlen wie schlecht ist die Scheißlampe? ja, richtig schlecht wir haben noch nicht gehabt MAAAAN, ey ich geh lieber back, bevor ich noch sterbe an irgendetwas an irgendetwas ja, das ist ja ja, die sind zu dritt auf der Top ja, und die sind zu dritt auf der Top das ist so unfair einfach richtig unfair ich hatte es nur noch die Kalister die die ganze Zeit 147cf da fußt los, bisschen YOLT noch so, fuck off bei mir ist schon wieder kein Juggler-Camp Achtung mit Lane? Achtung mit Lane? na, die waren beim Nasher ja, und mein Crew muss grad irgendwas updaten was auch immer dauert noch ne halbe Stunde was, was ist denn das für ein Scheiß ja, nur Update haben ein paar Händler-Modelle verbessert für den Outlook teilweise LaFarahi wurde genervt was? es wäre lustig, wenn die Autos nerven und buffen würden ja, das machen sie wirklich und Beschleunigung äh, Nautilus? irgendjemand? ja? LaFarahi genervt ne? ja, aber das haben sie schon mit Freifahren gemacht ja, das hätte schon Level 6 auch ja, die haben den Tag Mann, schön für dich Kalista sehr schön für dich immerhin danach können wir sie reporten ja, brav alle drauf mach jetzt, huppe und bei mir seid ihr alle nicht mal ingame, sondern offline ja, wir sind in so ner Paralleldimension 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 diese hat mich goldet kannst du mir was anderes beweisen? nein fuck off update wir haben februar ja, das war halt aber schon den Januar noch nicht geladen hast man, diese scheiß Kalista regt mich so auf, ey ey, ich steh voll gut ja, kannst du dir vorstellen wie das aussehen würde wenn wir von Anfang an gespielt hätten auf der Botlane und die Kalista so scheiße ist ja, ich will nicht aufgeben ich will nicht aufgeben die können das dir nicht good boy Pantha hast du uns bestimmt jetzt alle? ja hast du eigentlich Origin Leon langsam ist Olaf ja, hab ich weil da ist grad Need for Speed Most Wanted gratis das Spiel hab ich schon oh ach stimmt, das wollte ich mir mal gucken mach das mal Barbie ah, Kalista ich bin jetzt gemütet und guck hat Yoshi heute auch schon festgestellt das Spiel ist scheiße diese Heilung von ihr geh und lenk die ab kann ich mal einer flinken ja, ich hab Dornpanzar was los ich bin jetzt unser Tank schau mal ach, ich wollte GA kaufen ich hab da da sie das ja ich hatte wir wirst j da Ich hafte diese Scheisschlampe. Sie hat's überhaupt nicht verdient ey. Und sie meint sich denn noch... Du bist bestimmt noch voll stolz drauf. Ja, wollte ich grad sagen. Und sie ist bestimmt noch sehr sehr stolz drauf, dass sie sowas kann. Peppa Dooms. Nein, ich muss leben. We are gonna dance. Ja, hey. Peppa Dooms. War völlig blöd für ihn. Nein. Hoplane. Ich war eigentlich schwer, dass du bei einer Schlager gewinnen musst. Nein. So, weil Schwed bin noch viel mehr Zeit. Wir haben noch so viel, dass wir das gewinnen. Und dann fällt es einfach ein Report. Oder wir verlieren es und wir fahrten sie hier. So verschwenden wir noch richtig viel Zeit, Leon. Schön, wie ich grad keine CS krieg. Werde. Werde. Ja, meint sie ich? 31. 2-0-41. Ja, nur unser Jungler. Hörg. Schwed bin. Ja, wir sind alle. Das ist ein Pippier. Und wenn ein Pippier hat, dann ist es ein Pippier. So haben wir uns und noch ein Pippier. Ja, wir haben die 2. Pippier. einfach weggehen ja das Problem ist, wir können ihn nur mit meiner Ulti killen weil die den ganzen sichern einfach wegschütteln uiiii coolartig BAM Nein! Nein! Boah wie kriegen sie noch? Leute wo seid ihr? Ich hab Angst! Komm schon! Seid dich nur hoch die ganze Zeit! Leute wo seid ihr? Also ich? Weil uns hat sauer Die finde ich doch die ganze Zeit nur! Jetzt aber! Oh Maaan! Nein! Nein! Die ist so schlecht diese scheiß Lampe So richtig! Das ist von mir weg geflasht Aber das Dumme ist halt Ja Fix ich Ist halt hoch Alter Boah ich steh positiv Ich steh positiv Ich steh positiv Ich steh positiv Naja ich hab 12 Tode Du hast aber auch für uns getestet ob die Katze da wirklich da ist oder nicht Und ob man spielen kann oder nicht Ja ich bin dafür Ja ich bin dafür ich glaub ich stell das auf Youtube und stell's auf nicht gelistet oder so Mal schauen was ich mache vielleicht besser weiter Stable kill Stable kill Schreib ich mir Schreib ich mir Ja Ganz ehrlich Pantheon muss nur noch Kalista stun und wir haben gewonnen Ich kann auch Kalista stun Du musst Du musst Genau wenn Kalista da ist gleich direkt auf die Röten mit Naut Und dann killst du nicht alles Du zum Beispiel hat auch 110 Farben Wir müssen jetzt nur unseren Individuum beschützen Dann ist alles gut Ja aber Kalista ist gefährlicher als Nunu Nunu hat nur Rabazons und Nunu ist Oh fuck Und du? Ich bin grad nicht da Sogar Zett ist fett Zett ist nicht aber der ist nicht fett Zett ist nicht fett Zett ist nicht fett Der hat ein 1v1 Der hat ein 1v1 gegen Nunu Ich bin da Ich will dass wir diesen Inhibitor behalten Haben wir Haben wir auch Der ist tot Ey Haben wir auch Sag ich doch So weiter Ey ich kann nicht dafür dass Riese gestorben ist Der hat sich selbst zu die Zeit verfloren Panzer Poschen, poschen, poschen Hab Angst Die Scheiße war echt noch Das ist so traurig Kann jemand tanken? Bin jetzt Ah ok dann sehen wir den Ansonsten Leon oder ich Ja genau lass mal den Belkhorst tanken Hast du gewählt meine Items? Du hast Dornpanzer und was hast du noch Träne? Und Support Item Ey wir können Ja lass weg Komm weg Botlane pushen Botlane Tower Schnell Ach ich hab sogar Schuhe Das fühlt sich zwar nicht so an Ja guck dir meine Schuhe an Leon Das ist like Fuck off Kalista Ey da wollt ich Der eine rein aus Prinzip Gute Rundschauperlein Dann darfst du da unten eine rein stellen Und dann Mitte Deffen Ich hab Ult in 30 So Mitte Deffen Ja definitiv Mitte Deffen Ja Ja Da steht dein dicker Vater Nautilus im Weg Ja 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 Ich hab die von Ulti Ich hab sie bu- Ich hab sie bu- Ich hab sie bu- Huiii Ich bin halt tankier Cell ne KALESTER 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 Ja Ich hab die Schrank Nein Der macht Schaden Ja okay der hat auch Reis und Schuhe Ja Ja okay der hat auch Reis und Schuhe Ja Nein Weig Nein 10 2 Komm gewinn mir easy Komm 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 Das ist völlig erleben Die sind so richtig schlecht Die sind so richtig schlecht Alter Komm das müssen wir jetzt gewinnen Das gewinn wir noch Komm KALESTER 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 Wir haben sie instead gewürztet Äh nein die ist doch weg gehüpft da links Stimmt Ich weiß auch nicht Ich hab sie noch in meine Q getroffen Achso okay Ja komm die Yoshi Komm ich hol mir jetzt auch noch Prost Queen dann komm ich hab jetzt noch Prost Queen LIE PLEASE Komm komm Äh 2 Sekunden Jake Drake ist auf Aber wurde erstmal nur Wir müssen auf Dings warten Na viel Lust Ich hab kein Smiles Mite und 40 Hä aber aber die gammeln doch eh nur da oben rum Wobei der Nuno hat bestimmt voll Voll Bock drauf Den Jake Also entweder wollen wir uns jetzt KALESTER oder wollen wir uns den Jake Okay Wir wollen KALESTER 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 Die mag nicht Schnell Drake Oh schade Was ich nicht machen soll Ich krieg kein Assists wenn ihr sowas macht Komm Haben wir auch Haben wir auch Haben wir auch Ey da war meine Pammes drauf Haben wir auch Haben wir auch Wir haben ja nicht gepusht Wir haben ja nicht gepusht Was ist ein Olaf Ich bin für Olaf Olaf KALESTER MISS Alter null Farm hat die KALESTER Ich gebe dir noch Attack Speed Null Farm 200 CS Da unten ist Tank Da unten ist Tank Da unten ist Tank Ennep Bring wir Back Speed Komm Bring wir Und raus Komm weg Raus 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 Läscherlich Einer Top Einer Bottom Barbie Bottom Es war der Top Abel ich geh mit dir Bottom Ja On my way Geh weg Ich hab jetzt Randweams Ich hab 257 Amor Ich hab 257 Amor 288 Amor Ich hab 5 Was 5 Gefehlt schon 64 hast du Genesha 1 Kalista pusht Mitte Äh Mitte 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 Ich geh back dann bin ich Mutter her Komm dann auch Dat könnte langsam Damage machen Müssen wir aufpassen Ja ich hab meinen Stundenlast noch nicht Das dauert noch Aber ich hab Darya und meinen Schild Ich hab gleich Ich hab Ult noch nicht ab Ich hab Ult noch nicht ab Wenn wir sie engaggen sind sie am Arsch Wir müssen auf Nunu Ult aufpassen Der Nunu hält sowieso nichts aus Ja aber der macht Damage Jep Ult Meine Ult ist ab Wenn ihr wollt können wir reingehen Ja go Warte 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 Noch eine Stunde nicht hier geht Da ist Z von der Seite Egal go Komm nicht mal dran Nice Ich hab meinen Autotack drauf gekriegt Die sind noch da unten Die werden einfach gleich Fun zubeilaufen Ja Bleib ich hinten Hat nicht jemand Frost Queen? Hat dich gerade eingesehen Bleiben wir bei Pantheon Komm Hier hier ist keiner Ja okay die sind Bot 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 LOL mein Pinquot den ich ganz im Ernie geplaced hab Der lebt noch anscheinend Aber mit einem live Aber mit einem live Jungs ich glaub ich geh einfach live einfach mal back Oder? Alles klar Kann mir Bot Tower oder sowas holen? Ja würd ich gern Weil Ich tank I'm on my way Zwei sind tot Oh ne Zwei sind ab Das sind die Gegner Dabei sind alle back Okay Die sind alle ab Die sind alle ab Ja die sind alle back Nur ein bisschen aus dem Jungle Sachen mitnehmen Die sind alle ab Die sind alle ab 12 Sekunden Queen Ja ich spon mir den Knall Den Weg ans Back So Back auf jeden Fall Dein Drag Dein Webauf ist ab Der Springquot den hab ich in der 5 Minuten geflucht gepasst Weil ich den Dream gelegt hab Der steht einfach noch Ich hab nicht mitbekommen ich den gelagten Ich hab nicht mitbekommen ich den gelagten Der ist jetzt so Ähm Baron Scheiße Baron Oh my way Du hast jemand seine Ulti-Karten zum Gale benutzt Geiße Du müsst die abhalten Laser rein Laser Laser Karde Wenn wir Kalister haben bist du fight over Komm ich komm ich komm ich komme Ich komme Die wird's raus safe können Da hat irgendjemand rüber geflasht Über die Wand Ja das fand ich Sinn BAM BITCHES Wie tall ist das denn da ja Wie tall ist das da oben Hab ich getroffen Ja das ist halt das traurige BAM BITCHES Wir gewinnen komm komm Das ist so richtig traurig von den Gegner Boah ich bin ganz schön lang tot Ja das game dauert schon 35 minuten Ja Kommen wir so vor Mit game So 20 minuten oder so Wenn überhaupt Ja so vor Nightjams her weißt du BABY Ach BABY ist tot Schade Ja BABY ist tot Weil du hast sie vorrennen lassen Dann schnell Raus 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 Oh ja die Die will vielleicht den links holen BABY hat sein Schwung EGAL 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 Die hat mein Randois um noch keiner als ich diesmal benutzen Ignorier mal dass ich so eigentlich Support hab in der Ja alles gut Das Dornpanzer ist auf jeden Fall ein Support Alter Stich 4 zu 2,14 Was? Was? Die Gegner sind richtig aus Achtung nicht Active Queens Geh bei der Richtung Mitte Da Da ist die Jetzt hat sie sich die A geholt die Pitch Reicht trotzdem nicht aus Die sind jetzt Warte wir warten auf Punt Wir müssen auf Punt warten Kann einer Bottom pushen? Ne ne Wir bleiben bitte Aber Jungs der ultet Der ultet Wer ultet? Pantheon Achso Er ultet Komm haben wir Nein Ich werde ultet Jawohl Nein Nein Ich werde dich oder in 5 Check Mach Auf Cry Richtig Calista nicht Ja dann hilf an dem Vergleich Heute Scheiße, jetzt könnten wir echt verlieren Haltet noch 40 Sekunden aus Mindestens 20 Komm, Ulti Das hast du nicht Out attack, komm Barbie, Calista Barbie, geh rein Komm schon, Barbie Barbie, Gary Weiter, weiter, weiter Jawohl, Barbie, jawohl Flash, flash, wenn du hast Nein, das hat nicht gereicht Da, Calista Ich bin langsam In-hap, in-hap, in-hap Barbie, in-hap Ich renne auch schon Stell, 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 er intersects mich Geh raus Pass auf, danach schnell weg Danach, schnell weg Schnell weg, schnell weg, ruhig, ruhig, ruhig Mach eh, Josch Schulte in die Mitte-Lane hoch Der hat abgebrochen Ja, das hat schon gereicht, damit, äh, Dings Barbie, spring hier rüber, hier Problem ist Kein Sprung ab Run, Biatch, run, run, run Lauf, 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 lauf Lauf mir entgegen Ich weiß nicht, wo du bist Ich weiß nicht, wo du bist Ich weiß nicht, wo du bist Du siehst wie noch Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter Okay Egal Das haben wir jetzt erstmal überstanden Wir müssen Track contesten Das ist fünfter Track Ja, absolut, bitte Ich bin bei Ewigkeiten tot Ich weiß nicht Ich habe gerade meine Ulti nicht Scheiße Ich habe das falsche Item Ja, die haben Break gemacht Ich bin Ich bin Warte Warte, muss auch gleich einer klären Warte, ruh, ich bin gleich ab Fünf Oh, kann der nicht mal drauf kommen? Fünf Fünf Welkos Von da So, jetzt wollen wir dringend death Irgendwas wieder Ich glaube, das können wir vergessen Kalis hat kein Schutzengel Das ist schon mal gut Ja, an dem fünften Track Das ist ein bisschen scheiße Wir müssen jetzt Ganz gut aufpassen Warten auf Welkos Welkos macht den Milch zu Damage im Moment Ja, mit seinem Dornpanzer Okay, was machen wir jetzt? Kalis auf jeden Fall Ja Ich habe Ulti ab Aber ich muss auch Wir müssen jetzt was machen Jetzt sind sie gesplittet Wahnsinn Kalis ist unten Jungs, nice, abgebrochen Achtung, Kalis ist unten Jungs, äh Kalis, 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 Kalis Kalis Wo ist das Bitch? Death Ja, Death nur Okay, wir mitdeffen Wir müssen mitnehmen Mitte Deffen Mitte Deffen Mitte Deffen Mitte Deffen Mitte Deffen Mitte Deffen Wir haben einen rausgenommen, ist gut Wir bleiben jetzt safe Aber wir stehen das nicht Wir haben das gerade noch hinbekommen Mach Ulti, einmal pushen Das wäre so ein Free Win gewesen Oh, da hat Kalis dann mit der Escher Okay, doch Da ist Lili, Lili, Lili Lili, Lili Lili, Lili, Lili Alle weiter abholen, komm, komm, go, 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 go Gott, Stefan Hatsopp Komm, komm, die haben wir jetzt Zuck, auf, Gute Komm, nice So, komm, die gehen weg mit dem Deffen Sie sind weg mit dem Deffen Ich schieße dann doch Treffer Du musst nur mit Dings treppen Komm ich komm ich komm ich komm Lass mal ein Set, passt auch schon unten Ja der geht aber zu Pandion Kalista? Kalista Kalista? Ne Schast zu ulten An die Wand ziehen und ulten Angst vor dem Set Out of Vision Hast noch Nunu? Back, 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 back Okay Gewonnen eigentlich, meine Fresse Zed ist noch im Jungle Pfff Baron ist in 4 Sekunden ab Wenn wir den Baron haben, haben wir das gewonnen Zed ist alleine Und er hat kein Shadow Nein Ich kann gar nichts Ich bin immer viel zu weit weg Nein, zu spät Jungs jetzt sind wir vielleicht geschwächt Wir sind vielleicht geschwächt von Baron Los rein 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 Oh mein Gott dieser Huff Olaf 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 Machen wir nicht ran Nein, wir müssen deffen Äh Olaf pottet weg Ich mach die Minions Wir müssen deffen Okay, dann hört nicht Ich mach, ich mach Dann machst du Babi Fuck ey Wird schwer man Alter wie schnell die die Läscher gemacht haben Alter, holy cow Ja der ist Kalista mit dem Reißen Ich hab das falsche Trinket schon wieder Ich kann Bruder, dass ihr auch nichts gesehen habt Aaaaaaah Hey, grad meine Ulti so hart John So So Scheiße mann Wir spielen schon seit 30 Minuten gefühlt Mit OpenNexus Are we UOL Wir sind einfach inkompetent Ich bin nicht Nicht verliebt Hätten das so easy So richtig easy gewonnen Ja Und sowas von, Alter Wundern es auch, dass es noch niemand probiert hat Backdoor oder so zu machen Kalista hat kein GA mehr Verkauft Verkauft Hat die hat sie verkauft Verkauft Ja wahrscheinlich Oder es lebt ihr das Weil die sind alle Mist Boah Ich hab Messina 2,30er getrennt Wir müssen auch fassen Wir sollten nicht so weit rausgehen Lass sie pushen Wir müssen sie nur cage'n Dad ist auf der Botlane Olaf ist auf der Toplane Dann ist das theoretisch alleine Theoretisch Da unten kommt von diesem Die sind ja Komm hast du Achtung Nicht so rein ja Nice 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 Achtung Der Olaf, der Olaf, der Olaf Nice Jungs weg, weg, weg Olaf Alle Ja Mindestens drei Ich geh mit Panzer mit Mach du selbst, 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 selbst Ich bin Tower-Deffen, Jungs Ja, darfst du Tower Ich geh mit Panzer Oh, Lee Sin ist auch noch da Äh, Olaf kommt zu euch hoch wieder Ich denk jetzt auch kein Bock Oh nein, Olaf geht durch, Mütter Jungs, ich brauch Hilfe Olaf kennt mich noch Komm auf dir! Gute Nacht Nice Nice Jungs Okay Ja Backspot ist on So Ja okay, dann nicht Dann komm, Jake Jake, 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 hier ist doch grad keiner, oder? Äh, mach die mal, mach du die mal Ah, ich kann das jetzt Mach du die mal, dann schaffst du auch alleine Ja Olaf mit Helden dämmen Ja Ich fülle die sogar in den Drake rein Kannst du ihn noch mal slow, ähm Achtung, Olaf Achtung, Olaf Habt ihn noch, komm Komm, Pantheon, carry das noch mit Komm, Pantheon Achtung, Lee Sin Kallister ist noch tot, Nunu lebt Kallister lebt wieder Der Inhalt müsste Clash mispawn Rot und Top pushen beide gegen uns Wo geht der hin? Back oder was? Kallister, wieder GA Kallister 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 Olaf hätte... I had to teleport Kallister 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 Ich habe keine Chance. Ja, wir hier im Lifestyle. Ey, ich hoffe, ich komme noch weg. Ich hoffe, ich komme noch weg. Ich habe keinen Jump-Up. Fuck. Ja, toll, ey. Oh, fuck. Ey, wir hätten es noch gewonnen. Ne, das Problem war gerade, Barbie und ich haben komplett falsch gestanden. Wir wurden von Zett und... Ja. Zett und... Lee und Olaf. Ne, Lee und Olaf, genau, nicht Zett. Zett jetzt auch noch. Zett auch noch? Reporten, reporten, reporten. Ich reporte irgendwie alle, habe ich gerade das Gefühl. Ja, wenn ich auch. Alles klar. Warum kommt das nicht? Nein, bei mir kommt das nicht. Bei mir ist das. Äh, ich spreche nicht. Man sieht sich, Leute. Beide. Es ist schon mal an. Es ist schon mal an. Amen.